Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach Spiel 3 der Finalserie zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt. Ich begrüße beide Trainer, zu meiner rechten Larry Juras und natürlich unseren Head Coach Jeff Ward und dann hören wir jetzt als erstes die Stimme unseres Gästetrainers. Herr Juras, Glückwunsch zum Sieg, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, das ist von unserer Seite ein gutes Spiel. Der erste Drittel von meiner Analyse, der erste Drittel ist ja ausgeklicken, 1-1 nach dem ersten Drittel und wir haben einen ganz starken Mannheim erwartet und Adler hat sehr gut gespielt. Ich denke für mich, der Schlüsselpunkt war für uns das dritte, vierte Tor so schnell und dann nach, das ist alles allein gegangen und dieses zweite Drittel, das kommt manchmal, aber das ist nur an 20 Minuten. Und dritter Drittel, so ist das. Ich habe, ich kann schon verstanden, die Frustration von Mannheim-Adler in dem dritten Drittel. Ich muss auch einmal ein Kompliment zu beiden Schiris, zu Herrn Blüggemann, Herrn Pickecheck, dass er das Spiel unter Kontrolle genommen hat und zum Schluss, ich denke, wir sind alle zufrieden, das Spiel ist vorbei und wir müssen alles machen und gut vorbereiten für das nächste Spielball. Wir wissen auch, dass Mannheim hat viele gute Spiele, viele Spiele mit viel Stolz und natürlich, wir erwarten eine starke Reaktion für das nächste Heimspiel in Ingolstadt. Vielen Dank, Herr Juras. Jeff, Ihre Statement, bitte. Ich denke, wir wissen alle, dass unser Fortschritt nicht gut genug war heute Abend. Aber zu sagen, das ist das, warum man eine Serie spielt. Und für uns, ob es das Spiel war, was ein knappe Spiel 2-1 oder ob es das Spiel war heute Abend war, die Serie ist 2-1. Und das wichtigste für uns ist, wie wir hier vorgehen. Es ist nicht was man essen, es ist wie man es machen. Also wir müssen sicher, dass wir das gut machen und uns bereit sind für das nächste Spiel. Danke, Jeff. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Er sagt natürlich, die Adler wissen, dass die Leitung heute die Leistung nicht ganz gut war, egal ob es jetzt eng war oder so wie heute Abend, das 1-6. Es steht nur 2-1 in der Serie und da muss man jetzt die Schlüssel drausziehen und weiter nach vorne schauen. Gibt es an dieser Stelle Fragen von Seiten der Presse? Jeff, wie würdest du die Emotionen in der letzten Zeit? Frustration oder auch eine positive Reaktion? Nein, nichts über das Spiel, das muss gesagt werden, ich sage dem Team morgen. Ich werde nicht zu spekulieren. Ich werde sicher, dass wir die richtige Informationen geben und darüber sprechen, aber ich werde nicht mit dieser Frage gehen. Es ist jetzt eine 2-Jährige Pause. Ist das eine gute Sache, nach dieser Reaktion? Ja, wir werden sehen. Wir müssen natürlich sicher, dass wir in den zwei Tagen machen. Also für uns müssen wir hier vorgehen. Das ist alles, was es gibt. Es ist eine 2-1 Serie und wir müssen sicher, dass wir uns hier in den letzten Tagen machen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise. Am Freitag geht es dann weiter mit Spiel 4 in Ingolstadt und wir sehen uns dann wieder am kommenden Sonntag. Das ist der 19.04. 14.30 Uhr geht es los. Dann steigt hier Spiel 5 in der SAP Arena bis dahin. Noch eine schöne Zeit.